Stehen sie ohne Holz! Let's save you, oder? Ich kann ihm keine Ansage machen. Nee, aber die kommt's wirklich gleich weg. Ja, gut. Können wir nix. Sag ich nicht, die sollten jetzt die Finger von denen einsteigen und wegfahren. Das wird das eklig für die. Nee, ich würd's eigentlich besser finden, wenn sie... Wenn sie mich einfach in Ruhe lassen. Ich mein, der hat den LKW jetzt wieder. Steigen sie doch einfach ein und fahren sie direkt. Das muss leider bestraft werden. Sag's nicht, die Kops, fassen sie dich an, fallen die tot um. Ja, ja. Sie sollten jetzt einsteigen und wegfahren, sonst knall ich's ab. Steigen sie einfach ein und fahren sie weg. Ist besser für sie. Nein, ich fordere sie wieder mit der Wutmachung. Das ist eine Drohung sein, oder wie? Ja, das ist eine Drohung, kannst du ihm ruhig sagen. Dann spreche ich's jetzt ganz deutlich aus, wenn sie mich anfassen, sterben sie. Oh, fassen Sie. Dann fahren sie jetzt weg. Müssen Sie sich schon umgucken. Ja. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Müssen Sie sich umgucken. Sag ihnen 5 Sekunden Zeit, ins Auto einzusteigen und wegzufahren. Jetzt redet er davon, du bist eine gewisse Zone. Wir haben jetzt 5 Sekunden Zeit, um ins Auto einzusteigen. 5... 4... Warten sie mal. 3... 3... Warte, 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 warte. Da bin ich jetzt mal gestorben und jetzt noch hier hin. So, dann kann ich ja auch gehen, ne? Schönen Tag noch. Ne, ne, bleiben Sie mal hier. Wenn er mich tasert, ist er tot. Ne, ne, bleiben Sie mal hier. Die kriegen dann Dickage. Jetzt zöntet sie, zöntet sie. Ja, warte, warte, warte. Wenn er die Situation eröffnet. Warte, warte, warte. Nicht euphorisch zeigen. Du stehst ja gleich wieder auf. Kommt da noch nicht rausgelaufen, oder was? Ne, 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 der bleibt hinten drin. Vielleicht denken die, das ist eine leere Drohung und kommen gleich raus. Ja, ja, ich glaube, das ist eine Drohung. Schieß einfach weiter. Okay, so noch. Ich schieße erst, wenn ich safe Schuss habe. Vor Ort mache ich's. Okay, jetzt. Jetzt kommt einer. Ja. Man hört sich im Hintergrund röde hin, ey. Er hat die Ansage gehört. Oh. Was ist denn los mit dem? Ja. Ich mach da mal bun in coming, ne? Bun in coming. Er tasert mich die ganze Zeit. Ja, wieso dürfen die Cops denn dich festnehmen in der Faison? Und du darfst ihn nicht wehren, oder was? Ja, ich werde das nicht zu meiner Rechten. Soll ich den zweiten auch wegschießen? Ja, ich schieße den auch jetzt weg. Gib ihm noch mal die Chance. Zeig ihm, was soll sich der Fall geben? Ich kann ja nicht reden. Ich kann ja nicht reden. Wo ist der los? Wenn ihr jetzt seid getasert. Komm, er gibt dich. Komm, er gibt dich. Wie denn, Alter? Ich soll euch ihn wegschießen? Nee, ich sag's zu ihm. Alles so. Wenn ihr hier heil rauskommen wollt, Leute, wenn ihr hier heil rauskommen wollt, dann hört ihr auf zu schießen. Ja, dann soll er aufhören zu tasern. Dann lege ich auch ein gutes Wort für euch ein. Hast du gehört hinter mir? Hallo? Ich weiß nicht, wer redet. Ich weiß nicht, wer redet. Der ist der Beuter, er redet mit Chef C. Ich schieße dir der Film-Stone auf die Kopf. Ohne RP. Ohne RP, ja, nein. Ohne RP, natürlich. Nice. Ich bin da auf dem Laden, vor mir. Ich bin da weg. Was verstehen die daran nicht? Finde ich auch. Ist das so schwierig? Oh, ich hab einen Stopp. Wie für Ansagen denn noch? Was ist mit den Boy los? Was macht er für eine RP? Ich speichere jetzt erstmal die Aufnahmen. Ja. Ja. Ich bin da auf uns. Und jetzt. Ich bin da auf uns. Bis zum nächsten Mal.